Willkommen nochmal zurück hier bei We are about to die. Jetzt wo wir nochmal vielleicht unsere Siegelsträhne verdorfen werden. War ein bisschen Geld, das bedeutet... Jetzt hier mal ein Knüppel. Ich mach erstmal das hier. Das ist so ein Speer. Und adäquat der Schulferschutz. So. Und mit der Ausrüstung... Gehen wir mal 2 gegen 2, 3 lang. Ich hoffe, dass ich mal wieder eine einhändige Waffe bekomme. Ich hab nur so ein läscherischer Knochen-Sperr. Ich muss die Leute denken, was hier für ein Ludus von mir ist. So ein billig Ludus eben. Ich hab nur ein paar Mal getroffen und schon mal hier draus. Da haben wir so leicht den Kopf getroffen. So. 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 Ich treffe einen Soße. Leicht, aber steht schnell. So. Ja, das ist verpackt. So, aber für einen Kofferspieß. Ich habe meine Kupen, ich mache die Kupen, ich mache die Kupen. Neu! Und seit verdient! Endlich! Wirklich! Frennspächer! Knochen-Späer, Knochen-Späer wird mir nichts besser als ein Knochen-Späer. So, also Fuß, damit wird unser Web einseitig verbessert. Dann können wir frühseitiges Überleben, was er machen wird. Mit Waffen durch Publikum zugeworfen. Sehen! Was für den Anfang hab ich schon eine seriöse Schulterplatte. So, was für den Grunde genommen ist das? Was für den Grunde genommen ist das? Was für den Grunde genommen ist das so? Was für den Grunde genommen wird es auch nicht besser. Es wird nicht besser werden. Ja, jawoll. Da meine ich damit schon, das war besseres. Er ist schon weg. Und es gibt noch Schild. Oh, sind Köpfen? Ah, da wartet sie auf mich. Oh, ein bisschen. Ah. Au. Wieder verrost mich hier zu blocken, ne? Weg mit dir. Na, da ist weg. Hier. Hier. Oh, mach man das. Schild zerbrochen. Keine Verteidigung. Jetzt wird hier reingestochen. Komm her. Ja. Fürstet der auch noch. Ah, da besteht noch ein Schild. Au. So. Ja, hier kann man aber nicht verlieren. Haben wir die hier jetzt. Oh. Verdammt. Eine Axt. Eine Axt. Es wird mehr nahe kommen, aber besser wie ein Speer, mit dem ich nicht umzugehen weiß. 10. 14. 30 Schäufel. 10. 35 Schäufel. Besser. Entschuldige Werteidigung. Kann ich eigentlich schon machen so eine Werteidigung dazwischen? Ah. Publikumswaffe. Mach nix. Wenn da eh noch mache. Mit Publikumswaffe oder ohne. Ja, bekommst du gleich auch die Fässer. So. Drei Schaden machen wir schon mal am Anfang hier. Der ist so ganz schön gerade richtig geklöpft von mir. So. Weg. So. Schnell Geld und Schnell Ruhm. Mehr Gesundheit. Wie viel Unterschied? Minus 1%? Eieieiei. Ich mache jetzt so viele mehr Eropia dabei. Und ist ja auch so ein Spanner. 20 gegen 15. So. So. Jetzt sieht schon ein bisschen vernünftig aus. Schon mal da dabei. Ja. Gegen Elita. Überleben und die anderen haben Halbleben. Ah. Mach ich das doch mal. Das sieht doch gut aus. Spassig besser gesagt. Kommen wir ja. Zulu. Achskrieger mal rein. Ähm. 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 Vielleicht bringe ich mich selbst jetzt nicht hin. Ich will jetzt aufhören, um hier so ein Gang zu kommen. Und bitte. Du sollst sterben. Der Name meiner göttliche Person. Der Name meiner göttliche Person. Das ist etwas, was ich haben. Der Name. Jawoll, ich war schon mal dabei, der Hack kommt bis eh klein. So eine Feinde macht die Bewechse spaßig, so geht es, wir überleben ja auch. So, die sind ja auch schon. Haben wir das? 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 Oh, da bringen wir mal die Helden. Oh nein. Hauptsache Geld. Bewege Skills. 50% verteuert. Eieieieiei. Das wäre was schönes. Die Achse ist aber gerade ein bisschen besser. Da ist ja die gute Schulter. Oh, ich krieg's ganz. Ah, das ist gut für die Geldgasse, für bessere Ausrüstung, dass wir unser ultimatives Ziel besser erreichen können. Ich habe ein Speer, ach ich habe ein Speer. Ach nee. Hier komme ich gerade genau wie eine Stelle platzend, die ich nicht treffen sollte. Ich habe noch ein paar Trashen gekauft, aber ich habe noch nicht gekauft. So habe ich es mit seinen Feind mit ausgeschossen. Das liegt durch das Schwert. Oder nicht durch das Schwert. Oder nicht, das Schwert ist zu groß. Ich habe es mit seinen Feind. Ich habe es mit seinen Feind. Ich habe es mit seinen Feind. das ist schon mal das ist schon mal das ist schon mal also müssen wir noch mal ich glaube, dass es nicht so weit ist so weit ist es ja gut so weit ist es so weit ist es so weit ist es So, Dixi Dixi rein ins Kapitel! Verstanden, wo kommt's? Verdammt! Ja komm, du bist meins hier! Au! He! Bullshit! Wird auch sauer, verdammt! So! Bleib dich weiter eineseitig reinhammern! Lüste aufgibst! So! Aber genügend jetzt von der Oboe reicht! Jetzt wird wieder gekämpft! So! 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 Jetzt komm aber, lass ihn straffen! So! Ist Grinch! So! 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 Das ist ja auch sehr seriös, das ist auch sehr seriös. Der Waffe ist sehr seriös. Ah, das ist kaputt gegangen. Pila! Nächster Müll! Nächster Müll! Ah, ich werde zu vollem meine Kompanie geschädigt. Ich werde zu vollem meine Kompanie schädigt. Nächster Müll! Oh, Geld! Und noch ein Schild dabei! Scheiße! Das ist ein bisschen weniger Verteidigung, gibt aber mehr Ruhm. So, sehe ich wirklich aus wie Ongla Bungla. Mit Möbeit? Ich werde zu viel vorrecken.